Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Blippi! So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi! Hey, ich bin's Blippi. Heute werden wir etwas über Baufahrzeuge lernen. Sie sind so groß und stark. Könnt ihr erraten, welches Baufahrzeug das ist? Lasst es uns herausfinden. Hey, ich bin's Blippi. Seht mal, wo ich gerade bin. Ja, heute bin ich in Tenino, Washington, auf einem Bauernhof. Ja, seht mal, all das schöne Gras. Wow! Hey, aber heute werden wir eine Maschine erforschen. Ich geb euch ein paar Tipps, was für eine Maschine das ist. Es ist eine Maschine, die benutzt man auf diesem großen Feld. Ja, für den Ackerbau. Ja. Sie beginnt mit dem Buchstaben T. Und man kann viele Anbaugeräte dranhängen. Wisst ihr, was es ist? Ja, los geht's! Wow! Seht doch mal hier. Das ist ein Traktor. Wow! Traktoren sind so cool. Normalerweise benutzt man sie auf Bauernhöfen und Farmen. Mit ihnen wird so viel Arbeit erledigt. Hey, seht doch mal. Wow! Seht ihr das? Was? Das ist eine große Schaufel, mit der man eine Menge Dreck und Kies und sowas schaufeln kann. Wow! Wow! Das sind die Schaufelarme, mit denen man die Schaufel anheben kann. Wow! Das hier, das sind die Hydraulikschläuche, mit denen die Schaufel gekippt und auch angehoben werden kann. Oh! Und wisst ihr, was das ist? Ja! Hier wird der Traktor mit Kraftstoff betankt. Und dieser Traktor braucht kein Benzin, sondern Diesel. Ja! Wow! Und das hier ist die Kabine. Also, gehen wir auf die andere Seite. Los geht's! Wow! Hey! Dieser Traktor, ja, hat ein großes Rad mit Reifen. Ja! Wow! Seht mal da drüben. Oh! Also, das ist aber ein großes Rad mit Reifen. Hey! Habt ihr das bemerkt? Er hat ein Rad mit Reifen. Zwei Räder mit Reifen. Und auf der anderen Seite sind noch zwei weitere. Also, das bedeutet zwei plus zwei ergibt vier. Haha! Gut gemacht! Wow! Seht euch die Rückseite des Traktors an. Ja! Das ist ein Rasenmäheranbau. Wow! Hier auf der Rückseite sind ein paar Messer drin, die befestigt wurden an dem Traktor. Und damit fährt man dann über Gras wie dieses, schneidet es ab und hat dann einen schönen Garten zum Spielen. Wuhu! Haha! Aber hey! Traktoren haben eine Menge Anbaugeräte. Wie Bohrer oder Heupresse oder ein Heuwender. Wow! Wie fantastisch! Hey! Ich glaube, wir sollten reingehen und mit dem Traktor fahren. Ja! Los geht's! Wow! Jetzt geht's los! Wow! Seht mal hier! Ja! Wir sind in der Kabine des Traktors! Okay! Das Wichtigste zuerst, denn ja, Sicherheit geht vor! Jupp! Das bedeutet, wir müssen den Sicherheitsgurt anlegen. Perfekt! Also gut! So, das wär's! Jetzt, wo wir angeschnallt sind, können wir den Schlüssel ins Zündschloss stecken und den Motor starten. Aber jetzt zeige ich euch zuerst, was hier alles drin ist. Ja! Hier unten, das, äh, sind die Bremsen des Traktors. Ja! Darauf stellst du deine Füße, um den Traktor anzuhalten, damit er steht, mitsamt des Anhängers. Ja! Das hier, das ist das Lenkrad. Und mit dem Lenkrad fährt und bedient man den Traktor. Ja! Und diesen Griff hier zieht man nach hinten, um die Schaufel anzuheben. Man drückt nach vorne, um die Schaufel abzusetzen. Und links und rechts kippt man den Schmutz aus. Ich denke, wir sollten jetzt den Dreck holen. Also gut, schalten wir ihn ein und testen die Hupe. Alles klar! Los geht's! Sie schnurrt wie ein Kätzchen! Miau! Sie schnurrt wie ein Kätzchen! Sie schnurrt wie ein Kätzchen! Sie schnurrt wie ein Kätzchen! Nun ist es Zeit, etwas Dreck zu schaufeln. Wow, habt ihr das gesehen? Ja, dieser Traktor ist so nützlich. Gut gemacht. Wow, ist das nicht eine coole Maschine? Ja, das war so ein großer Spaß, diesen Traktor zu bedienen und zu fahren. Wow, was für eine nützliche Maschine für den Gebrauch auf Bauernhöfen und Farmen. Wow, so cool. So viele Anbaugeräte und so viele Einsatzmöglichkeiten. Ja, wir haben etwas über einen Traktor gelernt. Baufahrzeuge sind fantastisch. Könnt ihr erraten, was das für ein Baufahrzeug ist? Es hat riesige Räder. Lasst es uns herausfinden. Wow, seht euch diese Maschine an. Wisst ihr, was das für eine ist? Sie sieht aus wie ein Lastwagen. Aber sie hat eine riesige Ladefläche oder eine Kiste hier, in der eine Menge Material ist, das sie hinten auskippen kann. Wartet mal kurz. Das heißt, es ist ein Kipplaster. Ja, Kipplaster sind toll. Wow, seht mal hier. So groß. Wow, und der Motor ist hier drin. Wow, dieser Motor ist so groß. Man braucht auch einen großen Motor, weil man viel Kraft braucht, um die Kiste hochzuheben. Wow, seht euch die an. Wisst ihr, was das ist? Ja, das sind Räder und Reifen. Wow, dieses Fahrzeug ist wirklich cool. Denn hinten gibt es noch eine Menge Räder. Und die zeig ich euch jetzt. Aber zuerst müssen wir uns die Kabine ansehen. Wow, hier sitzt immer der Fahrer drin. Wow, seht doch mal. Wow, da ist eine Menge drin. Genau wie in einem Auto. Es gibt ein Lenkrad, ein paar Lichter, auch einen Spiegel, ein Schlüssel, um zu starten. Ja, und ein paar Anzeigen und Geräte, damit man es auch bedienen kann. Wow. Aber diese Maschine benötigt viel Treibstoff. Ja, ich nenne es Treibstoff, weil es kein Benzin ist, sondern Diesel. Wow, seht euch das mal an. Könnt ihr sehen, wie viele Räder und Reifen das Fahrzeug hat? Seht, hier sind es zwei. Oh, normalerweise haben sie nur einen vorne und einen hinten. Aber das hier hat zwei hinten. Ja, und das wird mit zwei multipliziert. Weil es auf jeder Seite so ist. Das bedeutet, auf einer Seite sind es eins, zwei, drei. Ja, und du zählst die drei von dieser Seite mit der anderen Seite zusammen. Drei plus drei. Ja, das ist sechs. Wow. Wow, und die nennt man Schmutzfänger. Wow. Und sie flattern. Ja, wie ein Hundeohr. Wow. Wow. Eigentlich ist es dazu da, damit der Schlamm nicht nach hinten schleudert auf die Fahrzeuge hinter ihm. Ja, und seht doch mal das hier. Das ist die Heckklappe des Kipplasters. Wenn man die Ladung anhebt, schüttet sie alles aus. Und ich denke, das sollten wir jetzt tun. Los geht's. Wie ist es? Das ist die Heckklappe des Kipps. Also das war fantastisch. Das war's für heute. Das war's für heute. Wow, seht doch mal hier. Seht ihr diese zwei Maschinen? Ja, der Bagger belädt jetzt hier den Kipplaster. Wow, was für eine tolle Teamarbeit. Wow, also das sind ein paar große Schaufeln, die der Bagger in den Kipplaster lädt. Wow, wow. Es sieht schön und voll aus. Wow, ich liebe Kipplaster. Sie sind so groß, so leistungsstark und so nützlich auf der Baustelle. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingibt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir. B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Also, wir sehen uns. Blippi, blippi. Wow, guckt mal, wo wir heute sind. Wir sind im Kicherdschungel. Kommt mit. Hey, hey. Wow. Seht mal, wie bunt es hier ist. Äh, guckt mal. Das ist die Farbe weiß, blau und grün. Oh, seht euch das an. Wow. Was ist das? Das ist so toll. Spring rauf, Kumpel. Ui, wow. Seht mal. Das ist grün. Wow. Wow, da ist noch eins. Hui. Ups, tut mir leid, Kumpel. Alles klar. Wow. Wow. Das ist die Farbe pink. Und das ist die Farbe grün. Oh, kommt mit. Oh, was macht man denn hier? Wow. Okay, ich bin dran. Diese Matte hat die Farbe orange. Und diese Matte hat die Farbe blau. Seht ihr? So wie ich. Kommt mit. Wow. Delfine. Ui. Wow. Ein grüner Delfin? Genau, ein grüner Delfin. Schaut euch den hier an. Ein pinker Delfin. Und ein blauer Delfin. Folgt mir. Na los. So ganz vor. Wow. 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 Schaut mal hier. Wow. Okay. Ich komm zu euch rein. Okay. Wow. Wow. Guckt mal. So viele Ballons. Wow. Wow. Seht euch diesen Ballon an. Er hat die Farbe rot. Und das ist die Farbe blau. Seht ihr? Die Farbe blau. Und die Farbe grün. Wow. Wow. Und das ist die Farbe pink. Wow. Wow. Es macht so viel Spaß hier. Kommt. Wir gehen hier entlang. Genau. Alle da lang. Alles klar. Hier. Bitte Kumpel. Okay. Rutsch runter. Wow. Oh. Ich bin dran. Wow. Wow. Okay. Ich rutsch gleich nochmal. Oh. Gleich hier? Okay. Ich komme. Wow. Wollt ihr es auch probieren? Wow. Okay. Versucht es mal. Sei vorsichtig. Passt auf. Ja. So. Ein Spaß. Kommt mit. Wow. So. Los geht's. Oh. Schaut mal, was hier ist. Genau. Das Ding dreht sich im Kreis. Und man kann hier hochklettern. Wow. Ganz hoch im Himmel. Wow. Schaut. Die Farbe blau. Die Farbe pink. Die Farbe blau. Die Farbe pink. Und die Farbe blau. Kuckuck, da seid ihr ja. Hey. Hey. Ich bin hier. Wow. Das macht so viel Spaß. Im Kicherdschungel. In Redmond, Washington. Tschüss. Wow. Guckt mal, wo wir sind. Wir sind im Tiefkühlgang des Supermarktes. Aber seht, was da ist. Genau. Tiefkühl-Himbeeren. Sie sind so süß und haben viel Vitamin C. Ich frag mich, wie die hierhergekommen sind. Wow. Seht all die Himbeerbüsche an. Und all die Himbeerbüsche tragen Himbeeren. Und das ist die Farbe Himbeerrot. Und die sind lecker. Na, weil wir die zum Gefrieren ernten, wählen wir die mit voller Reife. Und eigentlich pflücken wir sie gar nicht, sondern schütteln sie mit der Erntemaschine ab. Wow. Wir sind vor der Erntemaschine. Seht ihr? Und tief da drinnen sind Stäbe, die sich schütteln. Und dann fallen die richtig reifen Himbeeren in die Erntemaschine. Guckt mal. So, jetzt sind wir auf der Erntemaschine. Das ist die Maschine, die die Himbeeren vom Busch schüttelt. Seht mal, der Fahrer. Hey Leute, ich bin der Fahrer. Seht ihr? Der Fahrer bedient die Erntemaschine. Und diese Dinger. Das sind Plastikarme, die sich ganz schnell hoch und runter bewegen und die Himbeeren vom Baum schütteln. Sobald die Himbeeren vom Busch geschüttelt sind, kommen sie auf dem Fließband an. Und was machst du dann? Ich guck alle Himbeeren an und nehme die Schlechten raus. Wow. So wie die hier, oder? Perfekt. Okay. Die kommt hier hin und wir sagen Tschüss zu der hier. Tschüss. Da arbeitet sie und nimmt alle Schlechten raus. Wow. Guckt mal ihn und seine Kiste an. Er reicht sie dem Mädchen und sie stapelt sie. Gute Teamarbeit. Jetzt, wo die Erntemaschine richtig voll ist, müssen sie neben einem Lastwagen anhalten und die ganzen Himbeeren abladen. Jetzt kommt der Lastwagen bei der Lagerhalle an und dann werden die Himbeeren mit einem Gardestapler vom Laster gehoben. Oh, der Gabelstapler kann ganz schön viele Himbeeren tragen. Okay, die Himbeeren kamen vom Bauern und wurden mit einem Laster hierher transportiert. Und dann hat ein Gabelstapler sie vom Laster gehoben und hier entladen. Und jetzt werden all die Himbeeren in diesen Kühlraum getan. Schaut mal. Da werden sie in den Kühlraum gefahren. Ui, tschüss. Oh, hallo. So, das ist im Grunde genommen ein riesiger Kühlschrank. So werden die Himbeeren super schnell schön kalt. Schaut, er trägt schön warme Klamotten. Wow, das sind ganz schön viele Himbeeren. So, was wir hier tun ist, die Himbeeren zu wiegen. Seht ihr? Okay, jetzt, wo sie alle gewogen sind, bringen wir sie hierher. Das ist, wo sie abgeladen werden. Wow, und sie werden nach oben gebracht. Wow, seht mal diese Maschinen an. Er tut die Himbeeren auf noch ein Laufband. Oh, dann kommen die Himbeeren nach oben und diese Maschine hebt die Kisten hoch und die Himbeeren fallen aus den Kisten. Wow. Seht mal all die Himbeeren. Und die Kisten fahren wieder weg. So viele Laufbänder. Oh, das sieht lecker aus. Hallo, die Damen. Ihr macht sehr gute Arbeit. Und in diesem Raum werden all die Himbeeren tiefgefroren. Es ist so kalt hier drin. Wow, schaut sie an. Jetzt, wo alle Himbeeren gefroren sind, müssen wir sie in die Boxen packen. Alles perfekt ausgewogen. Guckt mal. Schaut euch all die Boxen mit Himbeeren an. Wow. So, die Himbeeren sind fertig in Boxen abgepackt. Und jetzt werden sie auf einen Sattelzug geladen. Und dann liefert der Sattelzug sie zum Supermarkt. Oh, das ist also, wie die Tiefkühl-Himbeeren den ganzen Weg in den Supermarkt gekommen sind. Sie wuchsen auf Büschen, richtig groß und rot. Und dann ist die Erntemaschine die Reihe von Büschen entlang gefahren und hat sie alle abgeschüttelt. Und dann wurden sie neu verpackt in Plastiktüten. Und dann sind sie hier angekommen. Hey, ich glaub, wir sollten zusammen einen Himbeersmoothie machen. Wow. Alles klar. Jetzt ist es Zeit, einen Himbeersmoothie zu machen. Und ein Himbeer-Sandwich. Lecker. In Ordnung. Komm, wir machen das Sandwich zuerst. Alles klar. Wow. Bevor man Essen anfasst, muss man sich die Hände waschen. Komm, wir waschen unsere Hände. Alles klar. Los geht's. Macht eure Hände schön feucht. Okay? Jetzt, wo ihr die Seife auf den Händen habt, schrubbt ihr. Aber ich sag euch genau wie lange. Okay? Ihr müsst sagen Blippi, Blippi, Blippi. Und dann schrubbt ihr immer schneller, bis ihr die Hände nicht mehr sehen könnt. Ja? Blippi, 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 Blippi! In Ordnung. Jetzt spült ihr die Seife von den Händen. Alles klar. Trocknet eure Hände. Ich freue mich so auf das Essen, was wir zusammen machen werden. Alles klar? Los geht's! Nehmen wir etwas Brot für unser Sandwich. Oh, der Kanten! Lecker! Das hebe ich aber für jemand anders auf. Alles klar! Los geht's! Eine Scheibe Brot, zwei Scheiben Brot. Alles klar! Los geht's! Fangen wir mit Erdnussbutter an. Lecker! Eine große Portion! Ich liebe Erdnussbutter! Okay. Jetzt verstreichen wir sie. Ja, genau. Guckt mal. Lecker! Okay. Und auf die andere Seite. Tun wir etwas Himbeermarmelade. Dieses Sandwich wird so lecker! Alles klar! Nehmt eine große Portion Himbeermarmelade. Gleich hier hin. Alles klar! Verstreichen wir sie. Lecker! Oh, lecker! In Ordnung. Legt es ab! Packt den Deckel wieder drauf. Alles klar? Los geht's! Halbieren wir es! Alles klar? Und jetzt schneiden wir es in Viertel. Lecker! Seht mal! Wow! Alles klar? Legen wir es auf den Teller. In Ordnung. Eins, zwei, drei, vier. Oh, lecker! Oh, lecker! Alles klar! Wisst ihr, welches Getränk super zu dem Himbeer-Sandwich passen würde? Ja! Ein Himbeer-Smoothie! Okay. Ich bring euch bei, wie man den macht. Als erstes brauchen wir Milch. Mandelmilch und Kuhmilch. So, wir schütten ein bisschen Mandelmilch hier rein. Perfekt. Das sieht toll aus. Und jetzt ein bisschen Kuhmilch hier rein. Okay. Perfekt. Ich hab ein bisschen verschüttet. Seht ihr? Das ist okay. Wir wischen es später auf. Ja? Komm. Wir nehmen eine Banane. Lass uns die Banane halbieren, weil das ganz schön viel Banane ist. Ich will mehr Himbeeren als Banane. Aber ich mag Banane trotzdem. Hüpf weg! Alles klar. Aber halt. Was fehlt uns noch? Genau. Himbeeren. Okay. Ich muss sie aus dem Eisfach holen. Ja. Tiefkühl-Himbeeren. Ich verwende Tiefkühl-Himbeeren, weil sie richtig gut hier drin sind. Weil sie den Smoothie schön kalt machen. Wie kleine Eiswürfel. Die richtige Menge ist eine Handvoll. Alles klar? Wie öffne ich das? Hier. So. In Ordnung. Die richtige Menge ist eine Handvoll. Nein. Es sind zwei Handvoll. Hier. Na bitte. Und noch ein bisschen Mandelmilch. Perfekt. Alles klar. Tun wir den Deckel drauf. Etwas schütteln. Jetzt pürieren wir es. Das sieht lecker aus. Ich hole ein Glas. Okay. Lecker. In Ordnung. Lass uns den Smoothie einschenken. Lecker. Alles klar. Jetzt ist es Zeit für das Himbeerlied. Himbeeren, Him-Him-Beeren, Him-Him-Beeren, Him-Him-Beeren. Ne kleine Frucht, rot und rund, eine Himbeeren. Himbeeren, Him-Him-Beeren. Wächst auf einem Busch, den Bienenliegen. Himbeeren, Him-Him-Beeren, Him-Beeren. Die schmecken mir so gut. Auf Waffeln und im Joghurt drin. Himbeeren. Ich mag sie wirklich sehr. Ich kann nicht genug kriegen. Mach sie zu Marmelade, Saft und auch Torte. Himbeeren, Him-Him-Beeren. Eine kalte Beere auf deinem Eis. Himbeeren, Him-Him-Beeren. Und sie sind voll mit Vitamin C. Himbeeren. Die schmecken wirklich super gut. Himbeeren. Die schmecken wirklich super gut. H-I-M-B-E-E-E-R-E-N Hey, könnt ihr schon Himbeeren schreiben? Okay, jetzt geht's los. H-I-M-B-E-E-E-R-E-N Geschafft, gut gemacht. Kommt alle zusammen. Kommt, singt mit mir. Himbeeren. Die schmecken wirklich super gut. Himbeeren sind lecker. Himbeeren. Die schmecken wirklich super gut. Himbeeren sind lecker. Mh, das Essen ist so lecker. Na, ich hatte wirklich total Spaß dabei, mit euch zu lernen, wie Himbeeren vom Bauern in unseren Bauch kommen. Und wenn ihr mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr einfach meinen Namen suchen. Ihr kennt meinen Namen, oder? Genau, es ist Blippi. Komm, wir buchstabieren ihn zusammen. Bereit? B-L-I-P-P-I Blippi, gut gemacht. Jetzt wisst ihr, wie man meinen Namen sagt und schreibt. Bis bald. Tschüss. Hey, ich bin's, Blippi. Oh, und schaut mal, was ich esse. Oh, ich esse eine leckere Kirsche. Oh, ich liebe Kirschen. Ich hab den Stiel weggeschmissen und auch den Kern. Ich liebe Kirschen, weil sie so süß sind. Hey, ich frag mich, wie die Kirschen den ganzen Weg von der Kirschfarm hier in die Verpackung gekommen sind. Hey, das Erste, was ihr tun müsst, ist, die Kirschen vom Baum zu pflücken. Und dann legt ihr sie in den Eimer hier. Und wenn der Eimer richtig voll ist, so wie der hier, dann gehen wir zur Kiste und schütten die Kirschen aus. Wow. Schaut mal all die Kirschen an. Jetzt, wo die Kisten zum Rand voll mit Kirschen sind, ist es Zeit für den Traktor, die Kisten einzuladen. Und dann, wo die Kirschen sind, Guck die Kirschen an. Sie sehen so lecker aus. Ich liebe Kirschen. Und Kirschen wachsen in Bündeln. So wie hier. Komm, wir pflücken ein Bündel und zählen, wie viele Kirschen in einem Bündel sind. Wow. Eine Kirsche. Zwei Kirschen. Und drei Kirschen. Wow. Diese Kirschen sehen so lecker aus. Und diese Kirschen haben die Farbe Rot. Schaut euch die riesige Tür an. Wow. Wir müssen den Laster hinten zumachen. Alles klar. Jetzt ist der Laster voller Kirschen. Jetzt ist es Zeit für den Laster, sie zur Packanlage zu bringen. Und die 광 enfim. Wir müssen eine Rei. Und die Kirschen. Wir müssen die Kirschen. Wohn 있습니다. Und ich sage zu Sugiler. Und wir müssen die Kirschen. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Kirschen. Wow. Okay, jetzt, wo die Kisten voll und in der Fabrik sind, ist es Zeit, sie ins Wasser zu kippen, damit sie sortiert und verpackt werden können. Guckt mal. Wow, schaut mal all die Kirschen an. Die sehen so lecker aus. So, jetzt ist es Zeit für die Kirschen, dieses Fließband hochzufahren und in der Fabrik sortiert zu werden. Das sind so viele Kirschen. Was ich jetzt mache? Oh, da ist eine. Ich nehme die Stiele und schmeiß sie weg. Und ich halte Ausschau. Genau, ich halte Ausschau nach Blättern und schmeiß sie auch weg. Hier ist eins. Ja, noch ein Blatt. Gut gemacht. Ich hole... Oh ja. Okay. So, jetzt stellen wir sicher, dass diese Kirschen schön sauber sind, damit sie auf das Fließband können und damit sie dann schön bereit zum Essen sind. Das ist ein Blatt. Hey, was ich jetzt mache ist... Also, ich fülle den Container bis oben voll mit Kirschen. Perfekt. Und hier ist eine Waage, damit ich sie gleich wiegen kann. Und jetzt, wo es das perfekte Gewicht hat, kann ich es verschließen. Und das fährt jetzt zum Geschäft. Die Kirschen sind alle verpackt. Und jetzt werden sie in einen Sattelzug geladen. Schaut mal. Ich bin rot, rot, ne süße Frucht. Aber manchmal sind wir sauer. Ist es nicht zu kalt und nicht zu heiß? Wachse ich überall, das ist mir gleich. Erst bin ich ein Samen klitzeklein. Pflanzt mich doch bitte in die Erde rein. In drei bis vier Jahren werde ich ein Baum. Und im Sommer kannst du nicht essen. Kirschen, Kirschen, Kirschenlied zusammen. Kirschen, Kirschen, Kirschenlied singt mit mir. Mit Schokonachtisch schmeck ich gut. Ich bin der beste Lolli-Geschmack. Ich bin auch lecker, bin warm und süß. Lecker im Gebäck und in Torten drin. Ich schmeck so gut, egal wo ich bin. Als Sirup oder Saft im Smoothie drin. Und bestimmt magst du Cola viel lieber mit mir. Kirschen, Kirschen, Kirschenlied. Und alle! Kirschen, Kirschen, Kirschenlied singt mit mir. Yo Mann, Kirsche muss los. Ich geh ins Dreifen. Kirschen, 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 Kirschen. Kirschen sind so lecker. Wow, seht sie an. Sie sind rot. Wow, ich esse noch eine Kirsche. Okay, diese hat keinen Stiel. Aber sie... Entschuldigung. Aber es hat einen Samen drin. Wow, ich liebe Kirschen. Und ich liebe zu lernen, wie Kirschen von der Farm so zur Verpackung kommen, sodass wir sie essen können. Das ist das Ende des Videos. Aber wenn ihr noch mehr meiner Videos gucken wollt, müsst ihr nur nach meinem Namen suchen. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Okay, seid ihr bereit? B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Na, bis zum nächsten Mal. Tschüss.